Mein Ackerland ist etwa vier Hektar groß. Das Land, das ich bewirtschafte, ist meine Lebensgrundlage. Es ist die Quelle von Nahrung und Wohlstand für mich und meine Kinder. Als unser Boden unfruchtbar wurde, wurden auch wir immer ärmer. Ja, die Bodenfruchtbarkeit ist ein großes Problem in meinem Land. Analysen zeigen, dass die Fruchtbarkeit bei fast 90 Prozent unserer Böden jetzt auf einem niedrigen bis sehr niedrigen Niveau liegt. Wir brauchen neue Wege, um den Boden wieder zum Leben zu erwecken. Land ist die Grundlage allen Lebens auf unserer Erde. Wenn wir von Land sprechen, dann sprechen wir über Naturkapital und damit verbundene Leistungen der Ökosysteme. Es geht um Erde und Gestein, um Wasser, Pflanzen und Tiere. Der Boden filtert, reinigt und speichert Wasser. Bodenorganismen helfen tote organische Stoffe abzubauen und zu recyceln. Gesunde Böden und Wälder sind als Kohlenstoffsenken von großer Bedeutung und damit ein wichtiger Faktor für den Klimaschutz. Fruchtbares Land ist aber auch empfindlich. Es kann tausend Jahre dauern, bis sich ein Zentimeter Mutterboden gebildet hat. Doch dieser Zentimeter kann innerhalb kürzester Zeit durch menschengemachte Erosion fortgespült werden. Das Problem des weltweiten Bodenverlustes und der Verschlechterung der Böden steht in der Öffentlichkeit bisher kaum im Rampenlicht, wird aber zu einer immer ernsteren globalen Herausforderung. Die Bedeutung von Boden für unsere Existenz, dafür, dass wir essen und trinken können, ist tatsächlich herausragend. Und gerade angesichts einer wachsenden Weltbevölkerung wird immer mehr und mehr bedeuten, dass wir den Boden, diese knappe Ressource, die sich nicht vermehren lässt, dass wir die tatsächlich bewahren und versuchen, sie noch zu verbessern. Wir sehen, dass im Rahmen des Klimawandels die Verwüstung von Böden, die Überschwemmung von Böden, die Erosion von Böden ein immer weiter verbreitetes Phänomen wird. Und auch vor dem Hintergrund ist es ganz klar, dass wir immer mehr Menschen natürlich nur dann ernähren können, wenn wir mit den Böden sorgsam umgehen und wenn wir in Richtung SDG 15.3, also Verhinderung von Landdegradation, immer mehr und mehr arbeiten. Die Verschlechterung von Böden wird von mehreren Hauptfaktoren verursacht, die sich von Region zu Region unterscheiden. In Industrie- und Schwellenländern besteht die Bodendegradation häufig aus Flächenversiegelung und der Kontamination des Grundwassers mit Pestiziden und Düngemitteln. Andernorts liegt die Ursache in der Verringerung bestehender Vegetation, etwa durch Abholzung oder Überweidung. Das wiederum kann schwere Bodenerosion durch Wind und Wasser auslösen und die Wasserkapazität des Bodens verringern. Falsche Bewässerungstechniken können zur Versalzung des Bodens führen, mit der Folge von Ernteverlusten und einem massiven Rückgang der landwirtschaftlichen Produktivität. Landdegradation bedeutet, dass Land seine Produktivität verliert, insbesondere der Boden und andere Faktoren, die für Wachstum von Pflanzen wichtig sind. Das kann die Landwirtschaft betreffen, das kann Naturräume betreffen. Es ist ein sehr umfassendes Problem. Wenn wir diese Produktivität verlieren, haben wir das Land degradiert. Und wenn wir zu weit gehen, verschlechtern wir das Leben der Menschen, die von diesem Land leben. In der heutigen globalisierten Welt können Konsumgewohnheiten in einem Land auch die Bodendegradation in anderen Ländern beeinflussen. Landnutzung ist oft mit gegenläufigen Interessen verbunden. So erfordert die Erhaltung der Umwelt eine andere Flächennutzung als die Pflanzenproduktion oder die Entwicklung von Infrastruktur. Kurzfristige Vorteile stehen langfristigen Abwägungen gegenüber. Tatsächlich stellt der Kampf gegen Landdegradation eine echte Investition dar und dazu eine sehr kluge, wie Wissenschaftler belegen können. Die internationale Economics of Land Degradation Initiative, ILD, in der Abkürzung, beschäftigt sich damit, zu zeigen, dass es sich lohnt, in nachhaltiges Landmanagement zu investieren. Wir zeigen den Schaden auf, der durch den Verlust von fruchtbaren Böden entsteht. Das sind bis zu 400 Milliarden Dollar im Jahr. Und wir zeigen auf, welche Möglichkeiten es gibt, durch Investitionen dieser Landdegradation entgegenzuwirken. Wir können in verschiedenen Studien in Partnerländern zeigen, dass sich die Investition in nachhaltiges Landmanagement finanziell rechnet. Für jeden Dollar, den ich investiere, bekomme ich 5 Dollar nachher aus Ernteerträgen, aus Wassererträgen, wenn wir die Kohlenstoffspeicherfunktion reinrechnen, sogar noch mehr. Es ist günstiger, die Landdegradierung schon in einem frühen Stadium zu bekämpfen, als nachher die entstandenen Schäden wieder reparieren zu wollen. Es gibt viele technische Möglichkeiten, einen degradierten Boden wieder qualitativ aufzuwerten. Allerdings sind diese Maßnahmen sehr viel teurer, als den Boden vorbeugend zu schützen. Landdegradationsneutralität, abgekürzt LDN, beschreibt eine Welt, in der unterm Strich kein Land durch Degradation verloren geht. Um dies zu erreichen, ist eine vorausschauende Planung von entscheidender Bedeutung. Das Ziel besteht darin, eine Degradation zunächst zu vermeiden. Wenn eine beabsichtigte Landnutzung das Potenzial hat, das Land zu degradieren, werden Maßnahmen zur Vermeidung und Reduzierung der zu erwartenden Degradation geplant und umgesetzt. Teilweise Degradation, die nicht vollständig vermieden werden kann, wird dann durch Wiederherstellung und Rehabilitierung ausgeglichen. Im besten Fall wird die Bodennutzung durch den Neutralitätsansatz ins Gleichgewicht gebracht und so eine Verschlechterung ausgeglichen. Da Landdegradationsneutralität ein fortlaufender Steuerungsmechanismus ist, der die richtige Mischung von Maßnahmen erfordert, ist ein kontinuierlicher Planungs-, Überwachungs- und Anpassungsprozess erforderlich. Das Schöne am Konzept der Landdegradationsneutralität ist gleichzeitig auch das Komplexe daran. Wenn wir das richtig machen, wenn wir die Naturschutzplaner, die Stadtplaner alle im selben Raum haben und über eine Optimierung nachdenken, dann sollten wir in der Lage sein, die beste wirtschaftliche Leistung, die besten Auswirkungen auf die Umwelt und den besten Ansatz für die Ernährungssicherheit zu erzielen. Alles parallel. Klar, es könnten Kompromisse nötig sein, also bekommen wir vielleicht nicht alles, was wir wollen, aber zumindest kommen wir zu einem Ergebnis, mit dem alle langfristig geschützt sein werden. Genau diese Art von ressortübergreifendem Prozess wird nun in Costa Rica auf der Grundlage eines Präsidialerlasses aus dem Jahr 2017 umgesetzt. Unter der Leitung der Nationalen Beratungskommission für Bodendegradation, CADETI, arbeiten Vertreter verschiedener Ministerien und der mit ihnen verbundenen Institutionen zusammen an der Verbesserung ihrer institutionellen Strategien und an Planungsinstrumenten zur Verhinderung der Landdegradation. Der LDN-Prozess hat bei uns schon vor 15 Jahren angefangen. Seit 2004, 2005 hat man immer stärker die Folgen des Klimawandels und der Landdegradation gespürt. Die Leute haben begriffen, wie sehr dies die Produktivität der Ökosysteme verringert. Nachdem die Leute dieses landesweite Problem begriffen hatten, konnten wir das Konzept der Landdegradationsneutralität einführen. Im Rahmen eines Dekrets, das von Seiten der öffentlichen Administration die Grundlagen schafft, um die gesamte Bevölkerung zu erreichen. Und das von Seiten der öffentlichen Administration, um die Bevölkerung zu erreichen, um die Bevölkerung zu erreichen. LDN ist nicht nur für die Länder relevant, die primär auf Landwirtschaft angewiesen sind. Auch Industrienationen wie Deutschland müssen dem Thema große Aufmerksamkeit schenken. Auf der einen Seite ist es sehr, sehr wichtig, dass wir unsere Hausaufgaben zu Hause machen. Das heißt, die Koalition hat in ihrem Koalitionsvertrag beschlossen, dass die Versiegelung von Böden, die im Moment einen Umfang von 65 Hektar pro Tag hat, also 20 Minuten, alle 20 Minuten ein Fußballfeld, dass das maßgeblich reduziert wird. Aber Deutschland engagiert sich eben auch international und da ganz besonders multilateral auf der Ebene der Vereinten Nationen. Da geht es um die großen Umweltschutzprojekte, also Klimaschutz, Erhalt der Biodiversität und auch die Wüstenbekämpfung. Neben den Landnutzungsentscheidungen spielen nachhaltige Landnutzungspraktiken eine wesentliche Rolle. Es gibt ein breites Spektrum an Methoden, die Vitalität des Bodens zu erhalten. Angefangen bei Fruchtfolge und Gründüngung, Beweidungsmanagement, Terrassierung von Hängen, Pflügen parallel zum Hang und viel mehr. Maßnahmen zur Wiederherstellung der Bodenqualität reichen von der Wiederaufforstung bis zur Erhöhung des pH-Werts des Bodens mit Kalk. In Benin, zwischen Nigeria und Togo in Westafrika, besteht die derzeitige Herausforderung darin, nachhaltige Landnutzung im ganzen Land zu verbreiten, da die sinkende Fruchtbarkeit der Böden für die überwiegend kleinbäuerlichen Betriebe ein massives Problem darstellt. Rosalie Jedouan besitzt eine Farm in der Nähe von Aboumi im Süden Benins, auf der sie unterschiedliche Pflanzen anbaut. Hauptsächlich für den persönlichen Verbrauch, aber auch, um sie auf den lokalen Markt zu verkaufen. Die abnehmende Bodenqualität ist für sie sehr problematisch. Mein Name ist Rosalie. Ich bin 53 Jahre alt. Ich komme aus Agba Nizong, aber ich lebe in Quinta, Gbunomain. Wenn ich heute die gleiche Menge Mais sehe wie früher, ernte ich deutlich weniger als zuvor. Das macht mir Angst. Wie kann ich leben, wenn ich nichts zu essen habe? Ich habe viel darüber nachgedacht, was ich tun kann. Fermat Amadji ist Experte für nachhaltige Bodenbewirtschaftung und berät in Benin zahlreiche Organisationen. Er kennt die Probleme von Landwirten wie Rosalie Jedouan aus erster Hand und weiß, wie man diesen Herausforderungen begegnen kann. Die Bevölkerung wächst, aber das Land nicht. Daher sind Bracheperioden, die früher 15, 20 oder sogar 30 Jahre dauerten, heutzutage sehr kurz. Nur ein bis zwei Jahre. Das ist Problem Nummer eins. Die natürliche Erholung der Böden findet nicht mehr statt. Wenn der Boden seine organische Vitalität verliert und sie Dünger einbringen, verschwenden sie eigentlich nur ihr Geld. An unseren Universitäten und landwirtschaftlichen Hochschulen wird nicht genügend zu nachhaltigen Techniken gelehrt, die sich mit der Wiederherstellung der Bodenfruchtbarkeit befassen und die an die Verhältnisse und die Möglichkeiten der Landwirte vor Ort angepasst sind. Deshalb bilden wir Techniker aus, die wiederum die Landwirte beratend unterstützen. Wir coachen sie, um sicherzustellen, dass die Maßnahmen vor Ort gut umgesetzt werden. Was sich an der Art und Weise, wie ich das Land bearbeite, geändert hat? Ich benutze Bodenverbesserungsmittel wie Mukuna. Ich wende Fruchtfolgen an, wie zum Beispiel Mais, gefolgt von Bohnen. Ich verbrenne nichts mehr. Ich werde keine Bäume mehr fällen. Ich baue Zäune um meine Felder, um herumstreuen, das Vieh fernzuhalten. Techniken zur Eindämmung der Landdegradation greifen nicht sofort. In der Regel sind jedoch bereits nach wenigen Jahren deutliche Verbesserungen zu verzeichnen. Mittlerweile blicke ich sehr optimistisch in die Zukunft. Ich bin sehr glücklich und denke, dass all diese Veränderungen dauerhaft wirken. Deshalb werde ich auch nicht aufhören, diese neuen Techniken und Kenntnisse anzuwenden. Ich werde sie meinen Kollegen beibringen und sie auffordern, nicht damit aufzuhören. Der langfristige Erfolg von LDN hängt vom politischen Willen ab, das Konzept durch konzertiertes Handeln verschiedener Institutionen durchzusetzen, wie es gerade in Costa Rica geschieht. Und vom Engagement von Menschen wie Fermat Amadji und Rosalie Gedouin, die nachhaltige Praktiken vor Ort anwenden und verbreiten. Was uns Landdegradationsneutralität in weniger als zwei Jahren gelehrt hat, ist, das Land der Schlüssel zur Lösung ist. Hier können wir, wenn wir gemeinsam sehr gute Entscheidungen treffen, tatsächlich alles erreichen, was wir im Hinblick auf die Umwelt wollen. Dazu gehören die biologische Vielfalt, die Anpassung an den Klimawandel und sogar der Klimaschutz. Ein Großteil der Lösungen wird in der Vegetation und im Boden liegen, auf dem wir gehen und stehen. Im Namen künftiger Generationen müssen alle Beteiligten ihre Anstrengungen zum Schutz des Landes und der Böden bündeln. Dabei wird es immer Interessenkonflikte geben. Aber mit den Prinzipien der Landdegradationsneutralität haben wir einen Mechanismus, der es uns ermöglicht, unser aller Lebensgrundlage Schritt für Schritt langfristig zu sichern. Untertitelung des ZDF, 2020 élé